Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft. Ich bin euer Michasnake. Ich bin Korax. Alter, es ist sein. Und ich bin Herr Schöder-Mars. Ja, servus. Ja, ganz einfach. Ich erzähl euch das mal. Ist es ein Steak? Ja, ich hab keine Ahnung. Wir wurden der Letzte, oder ich wurde der Letzte drauf angesprochen. Und zwar, ich werd mal gleich den Namen nennen, vom Cool Creeper. Cool Creeper? Ja, es ist einer, der hat mich angeschrieben. Der hat gemeint, weil wir haben ja mal gesagt, wir gehen auch den Wünschen unserer Leute ein. Oder der Community ein. Und der hat mir angeschrieben und hat gemeint, ob wir nicht mal das Cartoon-Paket spielen könnten. Cool. Scheiße. Ja, also könnt ihr euch bei ihm bedanken. Alter. Tatsache, der Papagei ist ein Eisenschwert. Das ist einfach so hässlich. Was ist denn die Eisenspitzsack? Ist das ein Handschuh, oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ja, das ist ein Krabbelhandschuh. Ach du Scheiße. Meine Angel sieht halt Cartoon-mäßig aus, aber... Die Steinaxt ist ein Krückstock. Das ist so geil. Oh Gott. Oh Gott, wie die Katze. Ey, meine Katze sieht verschandelt aus. Die hat eine richtig fette, riesenrote Nase. Und unsere Hunde sehen aus wie Pluto fast. Ja. Oh mein Gott, ey. Und die Türen, aber die Eisentüren sind irgendwie cool. Alter, wie die Fische aussehen. Wie die Fische aussehen, was ist denn das? Du Scheiße. Eine Steinhacke. Komm mal raus in den Garten. Ey, Leute, Leute. Ich hab's schon gesehen. Shadow, geh mal raus in den Garten. Du wirst weinen. Wartet mal kurz. Wisst ihr, wie eine Steinhacke aussieht? Nein. Wie ein Pömpel. Wie geil. Ohne Scheiß, ist da eine Kiste drin. Ey, die Eisentüren ist ein Gummihandschuh auf einem Stock. Oh nein. Oh mein Gott, Alter Schwede. Ja, gut, ich komm mal raus hoch. Falsch, klasse. Oh mein Gott, Alter. Oben, oben raus. Oben oder, oder. Eine Steinspitzhacke ist wie so ein Schwert oder so ein Rapier. Ja. Ja, ne. Genau, was hab ich hier in der Hand? Was für Werkzeug hab ich hier? Ach du Scheiße, was hast du denn da an? Was ist denn das? Hä? Alter, ihr müsst mal gucken, was eine Steinschaufel ist. Das ist eine Trompete. Echt, oder? Was hast du da? Ich seh die Hälfte davon nicht. Ich seh nur irgendwie so eine Art Klinge oder was das heißt? Achso, das ist ein Rapier hier. Ja, das ist die Steinspitzhacke. Ach, ja, eine Steinspitzhacke. Genau, warum auch ein Schwert? Jetzt, wo ich sag, jetzt fällt's auf. Ja, guck. Hast du gesehen, was ich in der Hand hab? Ja, das ist so ein Papagei. Ja, das ist ein Steinspitz. Äh, das ist ein Steinspitz. Das ist ein Eisenschwört, der hab ich auch. Pass auf, warte, warte, ich hab was ganz Geiles. Pass auf, guck mal, was ich in der Hand hab. Wo bist du? Was hast du denn? Was hab ich doch auch hier? Nudelholz. Ein Holzbrett. Ne, Nudelholz. Das ist ein Nudelholz, ja. Ja, du hast ja was anderes, Korax. Eine Holzhacke. Ach du Scheiße. Ich hab ne Eisenschaufel in der Hand. Das sieht aus wie hier diese, diese, keine Ahnung, äh, Wumme mit einem den Arsch versohlt hier. Ja, ja. Ach du Scheiße. Oh, ich will gar nicht wissen, wie die Gegner aussehen. Obwohl? Werden wir jetzt rausfinden. Jetzt wird's ja grad dunkel. Ich hab ja ein Eisenschwert. Dann gehen wir gleich mal auf Erkundungstour, ey. Oh mein Gott. Pass auf, wie die, ja, die Explosion müssen aber gleich auch schon, oder? Ja. Ach du Scheiße, die Schafe, guck dich die Schafe an. Oh mein Gott, Alter, bei dem Blick, Alter, da wird mir ganz so anders, ey. Boah. Oh Gott, die Schafe, Alter. Das Schwein ist ja geil. Wie es grimmig guckt. Wie geil. Das Schwein sieht ein bisschen aus wie ein Dorfbewohner. Aber die Schafe, Alter. Die Schafe, Alter, übel. Ach du Heilige. Komm, wer kommt mit, äh, ein paar Gegner suchen und, äh, komm, suchen wir mal. Mal gucken, wie die Hühner aussehen. Ach so, das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Hühner und Schweine, äh, Hühner und Kühe würde ich gerne mal aussehen, ne? Ja, hier ist eine, hier ist eine Kuh, hier ist eine gefleckte Kuh, komm mal her. Äh, ach du Scheiße. Okay, äh, ich sag mal nichts dazu. Ach, Herrgott, die Kuh. Ja. Ach, Herrgott, das hält die noch in Grenzen. Das ist krasser. Die Kuh brauchen wir aber noch, hat irgendeiner Getreide eigentlich dabei? Nö. 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 Hier oben. Komm her. Da haben wir eigentlich schon so eine, so eine packhässlige Katze da draußen. Haha, ist das geil. Alter, ist die hässlich. Guck mal den Zombie an. Ey. Komm. Oh, hier sind mehrere Zombies. Zieh mal Richtung Licht. Hier, ich hab auch einen. Oh Gott, bist du... Ja, wo bist du? Ja, ich bin wieder gerade im Haus, ich komme gerade, warte. Bist du hässlich, du Kühe? Ich zieh nicht gerade Richtung Licht. War es ein Zombie oder was? Ja, ja, ja. Hier sind typisch Zombies. Was ist das denn? Das sieht aus wie bei, bei, ähm... Plants vs. Zombie hier. Ja, oder fast wie bei, ähm, hoppla, wie bei... Plants vs. Zombies. Ja, ja, ja. Das hab ich doch gesagt gerade, du Held. Das sieht irgendwie cool aus. Ja, aber die anderen Viecher, ich würde mal ganz... Wir sehen, wie so ein Creeper ausschaut. Oder so ein Enderman. Boah, ein Enderman, das sieht sicherlich auch geil aus. Bestimmt. Da unten ist gerade nix gegnerisches. Oder ne Spinne. Oder so ein Slime, Slime halt, wie die ausschauen. Haben wir es jetzt auch immer noch nicht gesehen. Im Slime auch noch nicht wirklich, ne? Ne. So ein Skelett? Stimmt. Oh. Oh? Ich glaube, ich hab gerade eben Kontakt mit nem Skelett gehabt. Oh, hier ist ein Enderman, Leute. Was, wo? Hier hinten bei mir. Oh, hier hinten bei mir. Warte, ich komme. Oh, hier ist noch ein anderer, ähm... Zombie mit irgendein... Komisch, ein gelben Hahn oder ein Helm oder... Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Dorfbewohner-Zombie oder so. Keine Ahnung. Wo seid ihr? Ich laufe gerade in seine Richtung. Aber wo seid ihr? Wo war auf der Kamera nach, du Hammel? Wo ist denn der Enderman? Frage ist, ah, ich hab sogar eine. Hä? Wo ist denn der Enderman? Der war doch hier. Ich hab die... Ah, da hinten ist er. Da ist er. Boah, Alter, hat der so riesenleuchtende Augen oder seh... Boah, Alter, wie der ausschaut. Guck mal da hinten. Boah. Guck mal die Augen an, Alter. Übel. Ich kann dich als Scheinwerfer benutzen. Der kann nachts nur lesen. Boah, Alter, hat der Augen, Alter. Ach du Scheiße. Der schiebt, oder? Oh, die Klubschis, Klubschi. Das ist geil. Wollen wir den killen, oder? Ja, klar, wir brauchen irgendwann die Endermanperren. Wo ist der? Da ist er. Wo ist er oder der Klubschi? Hinter euch, hinter euch. Da ist er. Stammt. Hinter uns. Da vorne ist er. Hängt irgendwo fest gerade. Barrecke, Barrecke. Auf die Füße, auf die Füße, auf die Füße. Der geht ja nicht, der hängt irgendwo fest. Haben wir es bekommen? Hey, das ist ein Huhn. Wo? Ja, wir haben eine Enderperle. Cool. Hier ist ein Huhn. Oh, hier bei mir. Ein gelbes Huhn. Hey, du Huhn. Oh Gott. Nee, bei dem Gesichtsausdruck geh ich wieder. Ach du Scheiße. Ja, dachte ich mir auch gerade. Das dachte ich mir auch gerade. Hier, da vorne ist noch so ein Viech. Äh, Spinne. Spinne. Wo? Wo? Hier, auch mit Riesenaugen. Geil. Ach du Scheiße. Äh. Ach hey. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Creeper. Und ein Skelett. Und ein Slime. Da ist ein Zombie. Ja, der hat dich gerade verfolgt. Hey, das ist aber gefährlichstes Loch, oder? Wenn man da runterfällt. Hier ist allgemein gefährlich. Das sollte man mal ausleuchten, die Dinger. Weil hier sind einige Löcher, wo es richtig tief runter geht. Hier ist ein Skelett. Was? Wo? Grüßt du. Ach, da drüben daheim. Ja. Komm mal. Stimmt, du hast eins. Schaut das aus. Okay. Na ja. Jetzt nicht weltbewegend. Ja. Also Schafen ist falsch am besten bis jetzt. Guck mal, aber das sieht auch krass aus, oder? Hier unser riesen Felsblock und dann diese zwei rote Türen. Ja, aber ich finde die Steine irgendwie komisch. Denn, ja, so wellig geschwungen. Aber die Treppenstufen sehen geil aus. Aber richtig cartoon-technisch. Ja. Ja gut, die sehen aber auch ein bisschen aus wie diese Plastik-Welt-Dingens da. Okay, alles abreißen. Wir machen jetzt mit Steinziegeln. Ja, geil. Genau. Nein. Oh, weia. Leute. Ich finde es nur schade, dass sich unsere Figur nicht verändert hat. Stimmt. Stimmt, die sind noch gleich. Die sich auch anpassen würden. Ja gut, man kann ja zigtausend Skin-Dinger machen. Wahrscheinlich gibt es da auch noch irgendwann Cartoon-Skin-Teile. Schätze ich mal. Ich habe noch keinen Creeper gesehen. Hey, hier wäre noch ein Enderman. Stimmt, einen Creeper brauchen wir auch noch. Den müssen wir auch noch gucken. Ja, dann machen wir mal den Enderman fertig, damit wir den... Stimmt, da ist schon wieder ein Enderman. Ja, ich sehe ihn. Warte, ich komme gleich. Da ist ein Skelett. Da gibt es Popo-Klatsche. Oh, stimmt. Das Skelett ist auch noch hier. Hey, dir. Da ist noch ein Skelett-Platt. Okay, ist gleich weg. Oh, da ist ein Creeper. Creeper? Ja, das sieht aber aus wie das Original eigentlich fast. Oha! Ja, genau das. Das ist aus wie das Original. Ja. Aua! Ja. Ja, ich komme. Mach den Pferd, ich rechte ihn an. Wir haben ihn schon. Hat er was droppen lassen? Äh... Ja, ich habe eine Ender-Perle. Okay, perfekt. Soll ich sie hinschmeißen, oder? Äh, ja, schmeiß mal rüber. Also, dann kommt uns direkt. Hier. Okay. Hab's hingeschmissen. Jo, hab's ja, danke. Bitte, hinter dir. Zombie. Wie lagere ich gleich mal? Oha! Hinter dir ist ein Zombie. Geh mal heim und lagere die Clay ein, bevor die weg sind. Ja. Bevor wir hier durch die Cartoon-Viecher sterben. Du wirst gerade verfolgt, gell? Dani. Ja. Äh, Korre. In wem. Zombie. Ich habe ihn gerade erledigt. Achso. Ja. Ja, soll man schlafen gehen, damit der Tag wieder anbricht? Ja. Damit wir eigentlich unsere Hauptarbeit mal wieder durchgehen können. Ja. Achso, wir können übrigens auch mal uns die ganzen Gegenstände angucken, was wir so kriegen, gell? An Nutz-Info. Wir können ja mal die Werkbank gucken. Wie sieht es normal aus? Eine Holzachs ist eine Banane. Yes. Wartet, ich komme. Oh, ja. Also vieles sieht auch relativ normal noch aus. Ja, also Creeper sieht aus wie das Original eigentlich. Ja. Ja, müssen wir mal am helligen Tage anschauen. Die laufen ja auch am Tage rum. Ja, gut, dann gehen wir mal pennen. Also gerade hier Zäune, Türen sind alle relativ normal aus eigentlich. Vor allem sehen sie gar nicht mal so schlecht aus. Also die Eisentür sieht recht cool aus. Aber ganz ehrlich, die Holzspitzhacke ist ein Hammer. Die Goldspitzhacke ist ein Zauberstaat. Ja, geh mal pennen, mach mal am helligen Tage nach. Krass. Hande. Ja, und vor allem das Eisenschwert ist ein Papagei, also. Ja, ist schon geil. Und ich glaube, das ist verrottetes Fleisch, oder? Ja, das ist so irgendwie so ein Knochen, wo so grüner Schleim drumherum ist, so. Geil. Oder keine Ahnung, was das sein soll. Achso, ich wollte mal an der Werkbank genau gucken. Dann kann man mal schauen, was ist, wie die auch exaktiv sind. Ja, also die Eisentürspitzhacke ist eine Hand am Stiel. Da Holzspitzhacke ist so ein blauer Hammer. Und die Jamandspitzhacke ist ein Baseballschläger, ein blauer. Ja, stimmt. Oh, ein Golfschläger ist eine Holzschaufel. Eine Golfschaufel ist so ein Tischtennissschläger. Ja, könnte aber auch ein Fächer sein. Rupfete, Eisenschaufel. Ja, Goldachs, eine Handtasche. Eine Diamantachs ist ein Wurst auf der Gabel. Was ist denn das, eine Diamantschaufel? Was soll das sein? Ist das ein... So ein Bowling-Ding? Diamantschaufel, nee, das erinnert mich mehr an so einen Pingpongschläger. So einen Tischtennissschläger. Nee. Oder ein Fächer, wie du mich ja gesagt hast. Nee, ich meine der Diamantschaufel, nicht Diamant. Äh, nicht hier das... Ja, achso, Diamantschaufel. Äh, es könnte ein... Könnte es sein. Keine Ahnung. Pin? Oh, Pin. Ja, habe ich auch gemeint. Pin. Banane. Äh, Krückstock. Ih, eine Hand. Eine rosa Hand. Eisenachs. Ach, guckt euch mal eine Diamantachs an. Das ist doch geil. Wie sieht eine Diamantachs aus? Eine Wurst auf einer Gabel. Ach, wie geil. Ohne Scheiß, Alter. Guckt euch das mal hin. Ich schwör, das ist immer noch das Beste. Da, Steinhacke, Pümpel. Eine Eisenhacke ist ein Malerpinsel. Eine Diamantachke ist ein Schraubstock, so. Also, ist hier so ein Schraubenschlüssel. Geil. Eine Goldhacke ist so ein Pfannenwender. Schere, Feuerzeug, TNT. Das TNT sieht eigentlich so normal aus. Vielleicht sieht es normal aus. Oh nein. Oder hätten sie mal ein Eggme draufschreiben können. Ach, ich gucke mir gerade die Panzerungen an. Oh nee, oder? Mhm. Leute, guckt euch mal die Schwerter an. Einmal ist es ein Gummihuhn, ein Fisch, ein Papagei, ein Schwertfisch, eine Diamantschmitzhacke und eine Schlange. Also, wenn ich mir nachher eine Eisenrüstung mache, laufe ich jetzt rum. Ach, du Scheiße. Du heilige. Lederding ist ein Hasenkostüm. Eisen ist eine Kuh. Diamant ist... Was soll das sein? Äh, ein Pinguin? Stimmt. Äh, aber der Pinguin hat, äh... Regenklamotten an. Oder? Was? Ein Pinguin war schon immer schwarz-weiß. Ja, du musst auf Diamanten gehen, mein Freund. Ja, stimmt. Das andere war ja Gold. Sehe ich gerade, ja. Ja, stimmt. Schwarz-weiß. Ich dachte schon, der hat anstatt Dings hat noch... Was ist denn das? Gold ist ein Huhn. Ist das ein Huhn sein? Sieht auf jeden Fall so aus. Also, ein Hahn, ja. Okay. Bei den Füßen hat er so Klauen, beim Kopf fließt ein Schnabel oben. Das haut schon hin. Ja, stimmt. Hühner habe ich. Äh... Heilige. Was haben wir denn? Oh, jetzt so ein Fackel. Sieht aus wie ein Lutscher oder so, ey. Oh Gott, die Wolle. Die Wolle? Ja. Äh, Wolle. Wolle? Was ist nochmal die Wolle? Ha, ha, Wolle, 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 wo ist Wolle? Heilige. Lügenzange, Brot, 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 Papier. Awesome. Naja, aber wenn es die Fans wollen, machen wir es natürlich auch. Die Blöcke, die Goldblöcke und sowas und Eisen und sonst was sehen eigentlich gar nicht mehr so scheiße aus. Geht eigentlich. Ja, ein paar Sachen sind relativ normal gehalten. Ach, das sind die Wolle. Ach, jetzt. Oh, sehen alle aus wie so Flickendinger. Jaja. Okay. Ja, alles klar. Kraukup-Wolle. Ups. Das ist schon krass. Hast weiße Wolle aus, aus, äh, vier Fäden? Kann man sagen? Ja. Okay. War schon lang, war schon, gab's schon immer. Ja, aber sonst ist eigentlich alles relativ normal. Der Rest halt. Das hält sich eigentlich in Grenzen. Ja. Auch das Essen. Da ist die Wolle. Auch das Essen sieht relativ normal aus. Oh, was gibt's denn für Bilder? Vielleicht sollten wir mal ein paar Bilder machen, um zu gucken, wie die Bilder aussehen. Stimmt. Brauchst eigentlich nur eins machen, dann kriegst du immer wieder abbauen. Ja, stimmt. Genau, wer macht eins? Der, wo fragt. Richtig. Äh, was brauche ich denn da für ein Bild im Moment? Wolle. Äh, Wolle und Stöcke, glaub. Also, wir haben jetzt keine Schallplatten mehr, wir haben jetzt Kassetten, wir haben aufgerüstet. Geil. Aufgerüstet. Schon abgerüstet. Nein, von Schallplatten auf Kassette, wir haben aufgerüstet. Da, Gemälde. Einmal Wolle und dann runter rumstöcke. Okay, ähm. Wo haben wir denn Wolle drin? Huch. Wo ist Wolle? Gute Frage. Wir haben auf jeden Fall Wolle, weil wir haben ja auch immer den Schafen vor der Tür. Äh, ich hab's gerade irgendwo gesehen gehabt. Hier. Ich komme. Hier. Hier. Ach, hier. Ja, ich sehe, wo du bist. Cooler Wolle. Auf der Kiste. Also, in der Kiste. Beide Samen sehen aus wie, wie, äh, Erbsen. Okay. Cool. Gut. Äh, Stöcke durfte ich genug haben, dann kann ich das mal schnell zusammenbasteln. Dann könnt ihr aber gerne mal reinkommen. Beziehungsweise, der Koax ist ja schon hier drin. Da. Einmal Gemälde. Zack, ich hab ein Gemälde. So, jetzt riss ich's mal aus. Bist du denn? Ich bin hier bei der Werkbank, den ganz... So. Also, schieß los. Äh... Warte, ich komme auch kurz. Warte, ich brauche mal eine große Fläche, weil da haben wir doch auch gigantische Bilder. Ich glaube, das machen wir draußen an der Wand irgendwo, oder? Oder haben wir hier irgendwo noch ein... Was ist im Garten oben draußen? Was ist im Garten oben? Oh, ey, da ist eine Spinne vor der Tür. Ja, lass es spinnen. Okay. So. Warte, die hier geschwindet ne Dingens. Oder so. Ich hätte es halt die hier genommen. Äh... Ja, oder so. Ja, gut. So, dann... Ja, klatsch mal ran. Toaster. Toaster. Oh, Hundewittchen. Oh, ein Hund. Noch mal Toaster. So, dann wieder. Hat man doch gerade. Ui, geil. Oh. Bomberman. Ja. Komm auf unsere TNT-Kiste. Da. TNT. Ui, Schatzkarte? Bauplan, oder was? Ja. Das sieht aus wie eine Schatzkarte. Da brauchen wir. Äh, hoch. Nein. Du hast. Ah, ich hab's. Äh, mach mal die Wand ein bisschen mehr kaputt. Ne, setz mal hier unten eher hin. Also hier unten ans Eck. Ja, unten ans Eck, genau. Guck mal. Und schon haben wir Füße. Toll. Magnet? Du hast geklaut. Hab ich sie? Oh. Ja, oh. Danke. Fernseher. Yay, ein Fernseher. Mit Büchern. Schon altmodig. Ja. Oh, Vogelkäfig. Tweety. Hab ich mir auch gerade gedacht. Ich auch. TNT. Und wieder. Wieder Toaster. Oh, ein Safe. Yeah, ein Safe. Panzerknacker. Oh, ein Korb. Ich glaub, du musst eins höher, damit die großen Bilder kommen. Und eins weiter nach rechts. Eine Tonne. Wo das war? Boah, Alter. Boah, auch nicht schlecht. Das Fenster vor allem, ja? Mit nem Kuchen. Da ist auch so ein klassisches Cartoon-Bild. Ja. Wieder TNT. Oh, Alter. Oha. Ja, genau. Ja, genau. Make, make, boom. Das sieht geil aus. So, puf, au. Scheiße. Aber das ist echt geil, oder? Das kommt cool. Hey, das kommt richtig cool. Oder? Sollten wir uns irgendwo hinhängen. Auf jeden Fall. Das ist echt geil. Nice. Make, make, boom. Da haben wir wieder unser Vogel. Was hat man? Oh. Radio. Radio, genau. Da gibt's echt viele Bilder. Oh, Alter. Oh, krass. Tom und Jerry ist Mausenloch. Stimmt. Ja. Das sieht auch original so aus, irgendwie, oder? Denk mal, wenn wir jetzt unsere ganze Bude so tapezieren würden. Schon krass. Jetzt wollen wir den Vogel kriegen. Guck mal. Yay, Bugs Bunny. Yay, Bugs Bunny. Nur nicht in grau, sondern in braun. Ist was, Doc? Ja, guck mal. Eggme fehlt nur noch drauf. Ja. Dann haben wir wieder Bombe vom Bomberman. Eine Tonne. Ist wieder eine Tonne? Ich glaube, das war's auch. Alle in den Herd haben wir noch. Oder ja. In den Ofen. Beine. Na. Na. Nicht in der Wand hängen. Der Hund. Bestimmt noch mehr. Oh ja, guck mal. Oh, cool. Das ist geil. Das ist mies, ey. Das kommt auch cool. Hühnerfutter. Und das in Luft jagen. Das ist fies, ey. Oh, eine Tür. Auf. Oh, das gehört zu der Tapete mit dem Mausenloch. Wenn man das jetzt, wie gesagt, wenn man das tatsächlich überall hinsetzen würde. Da gibt es bestimmt auch so ein Fenster mit dem. Oh, eine Dose. Spinat. Oh, geil. Das ist geil. Das ist mega. Das ist mega. Das sind unsere Destiny-Folge mit der Gummiband. Oh, genau. Aber das ist geil, das Bild. Das gefällt mir voll. Das ist echt geil. Oh, ein Klavier. Cool. Das würde ich mir sogar an die echte Wand daheim hinhängen. Also mit dem... Eine Uhr. Ja. Durchgerannt. Eine Uhr. Nochmal eine Uhr. Sollten wir mal langsam aufpassen, dass keine Viecher spawnen hier. Oh. Oh, es ist dunkel. Ich glaube, das war es jetzt. Ich glaube, sonst wird alles durch, ja. Ne, ich glaube, da kommen bestimmt noch ein paar große. Oh, jetzt wieder unsere coole Wand. Aua. Ups. Sorry. Ja, schlag ihn, klar. Gerne. Jetzt die Viecher schon nicht machen. Ja, probier uns noch fünfmal jetzt. Einmal. Oh, guck mal, was Neues. Oh, cool. Chicken-Saison. Und was stand da vorher? Hm? Was stand denn unter den Chickens, wo dir irgendwas überklebt? Dua? Nee. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich Pick oder sowas. Weil es Schwein da ist. Nee, das sind vier Buchstaben. Ja, eben. Es sieht aus wie ein D, ein U, ein A und ein U. Oder? Dua. Keine Ahnung. Wow. Also auf jeden Fall, das erste sieht aus wie ein D da, oder? Ja. Dann ein U oder ein V, dann sieht es aus wie ein A. Oder ein O, kann auch so sein. Wow-Season. Okay. Wow-Season. Egal, keine Ahnung. Toaster wieder. Da gibt es bestimmt echt noch mehr Bilder. Vor allem große. Ich glaube, da gibt es auch noch von der Tapete aus, was wir gerade hatten. Bestimmt noch ein Fenster oder so. War, ich glaube, das mit dem Kuchen drin, oder? Nee, das hat eine andere Tapete gehabt. Können wir? Warte mal, machen wir das Bild ran. Ich kann das Bild nicht abbauen. Was kannst du? Ich kann das Bild nicht abbauen. Wurscht es aber da abbauen, wo es ist. Ich hau noch die ganze Zeit rauf. Jetzt hat er es genommen. Ich habe bestimmt 10 Sekunden raufgekommen. Hä? Ja, geh mal. Dann nimm das anscheinend nicht. Ja, weil ich schneller bin. Jetzt hast du es. Haha. Ey, du Dieb. Gib mir mein Bild. Ne. Ah, jetzt. Das ist aber auch cool mit der Wand. Das sieht aber genauso aus wie die normale Steinwand da. Ja, ja. Ey, jetzt hast du es schon wieder geklaut. Nein. Achso, der O hängt es hoch. Jetzt da. Haha. Weg ist es. Erst wo die anderen sind schuldig. Ja, Hauptsache, die anderen sind schuldig. Natürlich. Immer. Es gibt viele Raketen hier. Klavier. Ich glaube, das war es jetzt da. Ja. Meint ihr? Ja. Naht? Such. Ah, Rakete. Ach, sieht aus. Ja, scheint das letzte zu sein. Na gut. Hm. Gehen wir mal pennen und dann... Genau. Machen wir mal eigentlich da weiter, wo wir... Was? Das ist ein Monster in der Nähe. Oh, ja? Nein. Was heißt, oh, ja? Gehen wir zur Tür raus. Nein. Wie? Du hast mein Bild... Mach einfach. Oh, das sind Füße. Hallo. Ja, das habe ich doch gesagt vorhin, dass eine Spinne vor der Tür ist. Hallo. Geil. Oder nee, das ist keine Zunge. Oh, sie ist da. Sie ist da. Ich habe euch doch vorhin gesagt, da ist eine Spinne vor der Tür. Jetzt können wir schlafen. Korks, übrigens, du hast... Du hast mein Bild. Ja. Na ja. Gut, dann gehen wir pennen. Haben wir ja alles angeguckt. Jetzt können wir ja eigentlich mal da weitermachen, wo wir hätten eigentlich die ganze Zeit schon arbeiten sollen. Genau. Ja. Eisenspitzhacke ist dieser komische Handschuh. Alter, das sieht so... Huch, da hast du... Da hast du das Kuchending da oben an der Decke gehangen. Ja. Bisschen hoch, aber... Ja, okay. Alles klar. Ähm. Ja. Du hast es zu akzeptieren. Ich habe nichts gesagt. Wird auch gut sein. So, dann gehen wir mal gucken. Irgendwo nach unten... Oh, hier schwimmen zwei Skelette im Wasser. Badespaß. Badespaß. Lade nach. Lade nach. Badespaß. Haben wir noch irgendwo völligen Stein? Okay. Ich brauche gerade keinen. Ich brauche eher Erde. Warte mal, kann ich die Skelette... Mit Erde? Ich versuche mal die Skelette zu angeln. Was willst du mit Erde? Diesen Projekt draußen im Garten. Ich angle... Jetzt haben wir das auch mal wieder drin. Nee, keine Ahnung. Leute, ich kann Skelette angeln. Ja, du kannst alles angeln eigentlich. So, haben wir gerade draus gefuttert. Komm her, Skelette. Ich angel dich. Hab dich. Komm her. So, dann setze ich auch gleich mal die Öfen um. Komm her, an Land. Dass du verreckst. Ja, so ist fein. Na, komm her. Nicht ins Wasser zurück. Ey, die sind schlau. Die gehen wieder ins Wasser zurück, damit es nicht so gut ist. Ja, der Hammer. Komm her, du Mistvieh. Na, komm her. Kommst du her? Sei ein braves Skelette und stirb. Hab dich, komm her. Na, kommst du her? Ach, scheiße, mein Angel ist kaputt. Neeein. Neeein. Verreckt, du Scheißvieh. Stirb und du zweites auch. Komm her, komm her, komm her. Dämliches Skelett. So, ich hab beide erledigt. Yay. Und Knochen gesammelt. Vier Knochen hab ich. Geh ich irgendwo fackeln? Äh, ja, ein bisschen haben wir. Ohle haben wir ja in der Kiste, wo die Öfen sind. Äh. Ich lauf gerade mal runter hier. Weil ich hab mir gerade die Öfen umgepackt. Ah. Huch, hier ist auf einmal so dunkel geworden. Licht aus. Bei mir ist hier Lava. Aber warum ist hier Lava? Pfeil. Ja, der Pfeil sieht auch gut aus, ey. Du. Licht rein. Ja, ich baue mit dem Gummihandschuhe ganze Kisten ab. So, hau ich mal. Gebe diesen totalen Realismus in Minecraft. Ja, ist doch geil. Wieso ist hier überall Lava? Ich kann mich nicht erinnern, dass es vorher hier war. Oder? Hier bei mir runter, wo ich gebaut hatte. Da ist die Treppe runter und da unten direkt am Rand ist Lava. Also, das ist ein bisschen eigenartig gerade, aber okay. Dann gehe ich hier noch weiter runter und kann da wieder ein bisschen graben. Ich gehe mal vorsichtig bei meinem Schwert. Weil ich jetzt wieder auf der Suche nach irgendwas an Zeug bin. Achso, welche Ebene bin ich? Bin ich jetzt zwölf, oder? Acht? Oh, ich bin auf Ebene acht. Komm ich auf Ebene acht? Hä? Das ist auch noch ein bisschen an. Auf Ebene acht gibt es auch Diamanten, oder? Ja. Ja. Okay. Alter, habe ich hier... Habe ich den Weg hier gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, oder? Nee, das war nicht mein Weg. Das war nicht meins. Äh, äh. Achso, Michael, äh, ich glaube, das ist dein Tunnel da zu den... Direkt vorm Haus, oder was? Ja. Ja, das macht einer, genau. Äh, kann ich da auch Abzweigungen machen? Du kannst da unten, wenn du was findest, kannst du rumgraben. Nee, ich wollte einfach so, wo du hier gegraben hast, einfach mal ein paar Abzweigungen machen. Ja, mach ruhig. Weil dann kann ich nämlich, äh, hier gucken, ob da in den Schichten Diamanten und sowas ist, weißt? Ja, mach ruhig, mach ruhig. Okay. Du hast dir eh das, äh, gekennzeichnet mit den Fackern am Boden. Ja, ja. Also kann man es eh sehen. Ich bin mal gespannt, wie die Erze ausschauen. Oh, ja. Also, Kohle habe ich gesehen gehabt. Das sieht aber jetzt nicht so, ähm, ja, besonders aus. Fickelnd aus. Ja, einfach so schwarze Punkte halt auf Stein, also. Okay. Ein bisschen... Wie immer halt. Ja. Unspektakulär halt, sag ich mal so. Wie Kohle halt ist. Schwarze Punkte auf Stein. Ja, wobei die anderen halt ein bisschen besser aussehen. Aber es ist ganz lustig, das Texture Pack, muss ich sagen. Hat was. Ja, auf jeden Fall. Wir werden zwar nicht auf Dauer spielen, aber wir werden auf jeden Fall dann mal ein bisschen... Ja. Ein bisschen dranbleiben. Oh, das ist es. Also wir haben soweit jetzt alle Texture Packs bis auf... Ah, iiih, das ist nicht gut. Ich habe gerade Lava gefunden. Aber ich würde trotzdem mal sagen, dass wir mal ein kleines Breakchen machen. Ach, so muss ich mir das soweit. Echt? Quatsch gemacht. Wir machen nie Quatsch. Nein. Quatsch. Wir sind da pure Ernst. Quatsch. Wir machen nie Quatsch. Och, und schon wieder Lava gefunden. Kannst nur nachts schlafen. Hä? Kannst nur nackt schlafen. Ich kann nur nackt schlafen. Okay. Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Bring ihn nicht auf den Gehen. Bring ihn nicht auf den Gehen. Da, 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 da. Oh, ich habe Redstone gefunden gerade. Sieht aber auch unspektakulär aus. Egal, wir wollten cutten. Ja, wir wollten cutten, genau. Cut, cut. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen mit dem Paket. Ja. Gut, die nächste Folge wird wahrscheinlich auch noch so werden. Schauen wir mal. Ja. Bis denn. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gerade hier mit Sicherheit geboten. Ciao. Ciao, Leute.